so damit moin hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 17 hier aus jogisfelden und in dieser folge ich habe es beim letzten mal gesagt wollen wir uns mal an die ht bahn machen dazu habe ich mir hier vom nachbarn mal seinen schlepper ausgeliehen weil meine schlepper ja soweit alle mal die kleine erntepause genießen sollen und es ganz einfach ein bisschen stilisch echter ist wenn ich jetzt die hd bahn presse mit so einem schlepper ziehe anstatt dass ich da jetzt 39er oder 7r vorhängen oder was weiß ich deswegen habe ich mir hier mal einen schönen fort geholt forttrecker kenne ich noch von früher ich weiß als ich kind war hatten wir bei uns am dorf immer das osterfeuer und der bauer auf dessen wiese das osterfeuer stattgefunden hat der hatte auch ein fort und der hatte dann vorne immer ein frontlader mit dran und den kühler vorne so geschützt das weiß ich noch hat er dann mit dem fort dann immer so während das riesengroßen osterfeuer dann immer so nachgeschoben und damals immer schon so gesagt hier unser bauer der sich traut mit seinem trecker ins feuer zu fahren und solche sachen das weiß ich noch von früher fragen mich nicht was für ein fort modell das war aber ich weiß dass es ein blauer fort war das aber nur am rande ja wie gesagt wir donnern hier mit dem gespann los können das ganze auch mal eben von außen anschauen ich habe dir schon das eine oder andere mal in süd hermann mal nicht eingesetzt und ja ich finde die eigentlich ganz schön ist so ein bisschen wie früher das kenne ich noch von früher da standen die helfer hinten auf dem anhänger drauf und haben dann die ballen immer so ja was heißt mehr aufgefangen so richtig auffangen konntest du die glaube ich nicht aber haben die da halt so ein bisschen abgefangen und dann auf dem anhänger aufgestapelt so ist das früher gewesen in der heuernte war noch nicht so modern wie das heute ist und vergleichen wir diese hd-ballen presse mit meiner krone presse ne das ist eine andere musik mal sagen apropos musik können ja mal ein bisschen musik machen so es ist noch ein schlag gerste nach oder freibend ist sogar ein schlag gerste nach und zwar hier die finanzen sehen wir haben ein bisschen kompost verkauft zum glück hier habe ich den misstreuer verkauft gehabt und noch mal einen neuen misstreuer dafür geholt dafür muss der wie gesagt einmal milch verkaufen und hier einer ernte ist kompost in erster linie das heißt dass wir da wieder mal ein bisschen auf dem grünen zweig kommen wir haben mit dem großen lila anhänger kompost verkauft wir kommen da schon wieder auf dem grünen zweig das wollte ich aber gar nicht zeigen zeigen wollte ich euch wie gesagt wie der stand ist 26 muss noch geerntet werden 64 53 ist jetzt komplett abgeerntet für 26 noch einmal die gerste 7 zuckerrüben 8 kanner mais ist dann noch nach ja auf dem letzten feld haben wir das noch ganz gut mit hingekriegt da habe ich den der stroh noch im trockenen auch geborgen gekriegt da steht alles auch schon eingelagert auf dem hof so können wir schon mal hier eben in den arbeitsmodus versetzen der anhänger muss auch in den arbeitsmodus x und dann machen wir auch gleich den das hat mit an brauchen wir zwar nicht unbedingt aber lassen wir jetzt einfach mal so so und dann runter damit und an damit und dann geht's los ja stroh wie ihr seht einmal noch wieder wie üblich zusammengeschwadet so gehen wir ein bisschen weit weg dann sieht man die ballen da auch gleich in den anhänger ja fliegen quasi jetzt muss man sich das noch bildlich vorstellen dass da leute hinten drauf stehen und die ballen da so ein kleines bisschen abfangen und dann schön auf den anhänger stapeln der anhänger hat natürlich jetzt den arbeitsmodus an und deswegen ist das wie beim sammeln dass er die dann gleich automatisch da vernünftig weg stapelt cool wäre es natürlich gewesen wenn der modder so ein bisschen in all der verbundenheit da einfach eine figur drauf gemacht hätte so was geht ja es gibt ja auch ladewagen war das am 17 oder am 15 ich kann mich noch daran erinnern es gab irgendeinen ladewagen wenn man den auf arbeitsmodus geschaltet hat dann gingen da rechts und links waren personen dran die dann irgendwie mit so einer gabel das dann aufgeräuft haben sozusagen also wäre möglich gewesen da hier beim arbeitsmodus an irgendwie die figur darauf zu stellen oder so das jetzt noch ein kleines bisschen stil echter gemacht ja die ballen natürlich in erster linie vorteilhaft zum beispiel für pferdehöfe also pferdezüchter oder so die ja gerne mit hd bahn arbeiten wir werden sie halt auch so ein kleines bisschen wir werden sie so ein bisschen zum ein streuen nehmen denke ich mal wo vor allem eben einmal just for fun weil ich finde es mit der velger press hat wie gesagt cool ich finde es relativ stil echt so für die zeit die ich ja mag aber nur die hd-ballen werden halt ein bisschen heftig wenn es so eine presse in der art geben würde die auch normale ballen macht die man auch vernünftig dann händeln könnte weil das ist ja bei den hd-ballen immer so ein bisschen komplizierter was jetzt aber eventuell einfacher gemacht wird durch dieses lager das muss man auch sehen wenn wir das erste mal auslagern wieder aber wenn wir so eine presse auch für normale ballen hätten könnte man sich das gleich überlegen aber ich möchte mir eigentlich gar nicht mehr so viele gedanken über das thema pressen machen sonst habe ich gleich wieder ein schlechtes gewissen wegen der teuren presse die ich gekauft habe 319.000 euro übrigens falls es jemand noch nicht mitbekommen hat das aber wie gesagt nur am rande also wir müssen aber schauen wie viele ballen hier im endeffekt nachher drauf gehen und wie viele ballen wir im endeffekt natürlich auch in das lager rein bekommen also wie viele ballen hier drauf gehen kann ich euch jetzt schon ziemlich genau sagen 174 ich meinte eigentlich wie viele ballen dann vom felde runter kommen und wie das dann mit dem einlagern ist und wer jetzt fragt woher ich weiß dass da 174 ballen drauf gemacht ich bin fachmann ich bin aufgewachsen mit sowas ne ein blick dann weiß ich das sind 174 ad ballen die da drauf gehen ich meine das hat man nach einer zeit im blut kann nicht jeder aber kann nicht jeder auch alles das können ist richtig auch vor allem ich kann ja sagen genau 174 ballen man kann übrigens diese presse auch mit normalen ballen aus auswurf oder normalen ballen geschichte nehmen dann würde dann halt nicht auf den anhänger schießen ich könnte auch nachträglich mit diesem anhänger dann übers feld fahren und per autolot diese kleinen ballen aufsammeln aber wenn schon dann natürlich so wie sich das gehört das ist ja auch ganz klar nur es geht halt darum dass die möglichkeit bestehen würde die ballen auch normal hinten auszulassen und dann quasi mit dem anhänger ganz normal da lang zu fahren auch die meisten ballen transporter mit autolot also auch den den ich zum beispiel die sind eigentlich wo ich möchte sagen zu 99 prozent sicher auch in der lage hat die ballen zu händeln müsste man halt in dem fall nur umstellen die können ja heutzutage alles von paletten über was auch immer so ich presse hier noch ein bisschen weiter ich würde aber sagen wir machen mal einen schon allseits bekannten und hoffentlich auch beliebten zeitsprung und wir sehen uns dann gleich wieder entweder wenn das feld fertig ist oder der anhänger voll ist was von beiden einfach eher in erschadung tritt also haut nicht ab es geht sofort weiter letzter schwatt ist jetzt hier in angriff genommen und wir kriegen die ballen tatsächlich alle auf dem anhänger drauf das ist doch mal ganz spannend ja dann haben wir hier wir werden werden 150 ballen ungefähr runter gezogen wir schieben ja gleich noch aus aus der presse also würde ich sagen wie gesagt 150 knapp werden das dann sein so damit ist der stroh dann auch hier geborgen so dann kann die presse so weit aus wir schieben noch mal gucken ist das mal ein bisschen näher neben hier so dann kann die presse zusammen geklappt werden für den transport und geworden sind es 151 bein naja 150 habe ich gesagt dann sind es 151 so den arbeitsmodus machen wir aus und dann sehen wir zu dass wir mit dem ganzen gelumpe zum hof kommen hier mal gucken dass wir das anständig eingelagert bekommen eigentlich können wir auch mal eine neue brücke ausprobieren fahren wir mal über den ja was heißt ehemaligen schweinhof es ist ja weiterhin der schweinhof halt im moment nur nicht in betrieb extra einen schönen Weg durch die Wiese hier angelegt durch die andere Wiese werden wir da auch nochmal einen Weg machen wenn die dann erstmal richtig fertig ist mal kurz wie das sieht aber ja das sieht aber Die Strebe ist ziemlich schlecht da, ne? So, wir fahren aber hinten rum, dann kommen wir nämlich gleich richtig rum ans Ballenlager, weil die Presse in dem einen Stück doch ein bisschen übersteht. Wäre der Anhänger jetzt eher voll gewesen, wäre ich dann mit dem IAC ran gefahren, hätte ihn dann einfach abgeholt, das wäre wahrscheinlich auch ganz schön geworden, aber wenn der Anhänger natürlich nicht voll wird, nutzt das ja nichts, ich hole den ja nicht mit dem extra Tracker ab, wenn das auch so geht, das wäre ja Quatsch. So hier, ihr seht, das ist so die Flickenwiese, habe ich ja glaube schon oft genug erzählt. Obwohl ich ja gerade in der Testphase bin, den Seasons Mod, wie gesagt, so ein kleines bisschen auszutricksen, ich bin mal gespannt, ob das klappt mit dem Grasbein, ich kann es noch nicht sagen, ich habe auch testweise mal ein paar Gras hat die Beine gepresst. Und da bin ich wie gesagt noch mal gespannt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. so, ich speichere mal vorsichtshalber, falls das eine Katastrophe gibt, wundern würde einen sowas ja immer nie. So, und dann, das war da vorhin auch schon, da müssen wir noch ein kleines bisschen Handarbeit anlegen noch, aber damit können wir leben. so, ups. Ja gut, wenn die von außen nicht zugeht, geht sie von außen nicht zu. Wir steigen ja eh noch wieder ein. So hier, wie gesagt, die Grasbein, immer noch am Austesten, hier ist so das Stroh, also Heu und Stroh ist hier voll. Am zweiten ist das Heu voll und das Stroh geht aber noch, wir haben nur noch ein Strohfeld nach, das heißt, das müsste eigentlich auch noch voll werden. Und hier, wie gesagt, auch schon Grasbein, einfach mal austesten, wie das dann nachher aussieht, ob die halt bleiben oder nicht. Und hier würden dann noch Heubein, packe ich dann auch noch ein paar rein. So, und jetzt müssen wir wieder so ein bisschen Hand anlegen hier, um die in den Trigger zu kriegen. Aber das geht eigentlich in der Regel auch immer ziemlich schnell. Das sieht natürlich alles sehr profihaft aus, das sehe ich ein. Aber wenn ihr profihaftes Arbeiten sehen wollen würdet, wärt ihr ja nicht hier. So, was ist jetzt mit dem einen hier? So. Dann haben wir hier auch das Stroh in HD-Ballen drin, aber ihr seht, da geht noch einiges. Also wir können ja sehen, insgesamt 460 Ballen pro Art, also 460. Ich weiß nicht, ob die 460 jetzt für alle zählt oder für eine. Ich glaube aber für die Einzelnen, also. Oder? Ne, Kapazität 460, ne, ist glaube ich. Naja, werden wir ja sehen, so viel werden wir eh nicht zusammen kriegen. Aber so. So, wir können jetzt mal einmal spaßeshalber gucken. Wir werden uns mal ein paar Strohballen rausnehmen. Nehmen wir mal 10. Und dann, ja, stapelt er sie hier auf. Und so könnte man wahrscheinlich auch noch mit der Ballengabel drunter fahren. Oder ich habe ja noch diese eine kleine Plattform. Da werden wir dann schon auf jeden Fall irgendwie mit hinkommen. Das gucken wir uns dann an. Wenn wir sie brauchen. Aber sind schon schöne Ballen, finde ich. So, ich habe wie gesagt, ich kann euch hier nochmal eben zeigen, welche Plattform ich meine. Habe ich in Südhemmern, ich glaube im Dreistenhof haben wir das letzte Mal benutzt. Und zwar steht die am Strohlager. Ne, die kann man sich auch an Trecker ran machen. Und kann da auch die Ballen mit aufnehmen. Und dann zum Einfüttern fahren. Das ist nicht das. Oder zum Einstreuen fahren. Das ist okay. Jo. Da können wir den Kollegen wieder beiseite fahren. Und das waren dann die Haliballen. Jetzt kann ich gleich mal mit dem Nachbarn anrufen. Der kann den Ford direkt mal wieder abholen. Das sind ja Kosten, die wir im Moment nicht Not tun. So, zurückgeben. Ja, gemietet jetzt weiterhin der 926. Der Radlader ist noch gemietet. Hier das Schneezeug ist noch gemietet. Ja, den 900, also den 926 werde ich dann irgendwann, wenn es finanziell wieder ein bisschen besser aussieht, auch kaufen. Also der Schlepper ist eigentlich ganz gut dabei. Ich könnte ja mal nach dem Gucken. Die stehen alle so wieder erntebereit für die Fortsetzung der Ernte. Stehen die Kollegen halt hier und warten ab, dass sie wieder in den Einsatz kommen in das Feld Nummer 26. Ja, ich würde dann sagen, dann kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die HD-Balenpresse findet. Und das ist ja hier unsere übliche Presse. Ich sage nur, jetzt habe ich es vergessen, 360.000. Waren es 360? Ich habe es verdrängt. 319, Entschuldigung, habe ich wieder teurer gemacht, als sie wirklich ist. Ja, wie gesagt, schreibt mal rein in die Kommentare, wie ihr die HD-Balenpresse findet. Ich denke mal auf so einem kleineren Betrieb, wo man nur mit älteren Maschinen arbeitet, bietet sich die hervorragend an. Den Anhänger kann man immer nochmal umkonfigurieren. Einmal mit diesem Strohaufbau und einmal eben als normalen Getreideanhänger. Da habe ich ja im 3-Stern-Hof damals, wie wir das erste Mal Seasons-Mod da gespielt haben, habe ich den am Anfang ja immer umgerüstet. Und kam damit eigentlich auch super zurecht. Ja, nur inzwischen ist das hier natürlich alles eine Nummer größer als damals auf dem 3-Stern-Hof. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mal gucken, was dann anliegt. Aber irgendwas lasse ich mir da schon einfallen. Bis dahin sage ich danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bin raus. Tschüss, euer Micha.